Das heißt Soziopath. Das kann ich auch schon mal sagen, danach hatten wir eine kleine Pause eingeplant, also wenn Sie sich danach nochmal mit Getränken eindecken möchten oder einfach mal ein bisschen verschlaufen, dann ist das dann gelingert. Viele Menschen können nicht gut allein sein, doch ich bin ganz gerne einsam. Lieber alleine im Abteil sitzen, als mit 100 im Großraum schnitzen. Ich will nicht zu Justin Bieber und nicht in die Bundesliga. Lieber auf dem Langmannskampf, als am Borsigplatz in der gelben Wand. Ich bin ein Soziopath, aber wenn ich einen Männchen mag, so ganz außerordentlich fällt meine Wahl auf dich. Ich mag keine Polonesen und gehe in Folge dessen. Nicht so meins wie es sind und lacht und zum Rest der Phasen macht. Niemals in die Diskothek gehen und kein Fußball im Public sehen. Ich gehöre nicht zu den Fans von Partyspielen und Squaredance. Ich bin ein Soziopath, aber wenn ich einen Männchen mag, so ganz außerordentlich fällt meine Wahl auf dich. Ich bin schwer soziophob, aber du darfst in mein Rettungsboot, wenn Feuer an Bord ausbricht, wenn Feuer an Bord ausbricht und die anderen nicht. Ich nehm nicht am Flashmottsteil und finde das Braten nicht so gut. Ich bin ein Soziopath, lieber früh ins Bett und dann am nächsten Morgen ausgeruht. Denn jeder einer denkt, er bräuchte jetzt im September ein Oktoberfest. Manchmal muss ich selber lachen, dass die anderen für Sachen machen dürfen. Ich bin ein Soziopath, aber wenn ich einen Männchen mag, so ganz außerordentlich fällt meine Wahl auf dich. Ich bin ein Standort, aber ich möchte, die anderen weere Ja, dann machen wir jetzt so wahrscheinlich 10, 15 Minuten Pause.